Hallo, heute ist die vierundvierzigte Tag für meine Lohndeutsch in zwei Monaten Herausforderung. Ich möchte zwei Neuigkeiten erziehen. Erstens, Julia wird ab jetzt nur mehr Deutsch mit mir sprechen. Julia und ich haben eine nur Riegel. Wenn Julia Englisch sprecht, dann bekommt sie Klaps auf ihren süßen Popo. Zweitens, meine Freundin Monika ist eine Deutschlehrerin. Sie hat erwähnt, dass drei ihrer Schuhe mir morgen für eine Stunde Deutsch beibringen. Und wir werden insgesamt sechs Unterrichtsstunden in der nächsten sechs Woche haben. Und ich werde mit ihnen danach immer für eine Stunde Englisch sprechen. Darum bin ich sehr aufgeregt. Die Schuhe, die Schuhe, die Schuhe morgen zu treffen und mit ihnen Deutsch zu lernen. Und ich folge mich, die Schuhe, die in Innsbruck wohnen, Englisch beizubringen. Und das war es für heute. Und bis später. Dankeschön. Ciao. Zd Untertitelung des ZDF, 2020